Hast du den neuen Sack getan? Darf ich ihn gleich ausprobieren? Komm, gib mir den mal. Cool. Megaschön. Viel kleiner als der alte. Ja, so handlich. Hey, den muss ich jetzt aber unbedingt ausprobieren. Sack unten. Da habe ich ja nie mehr genuscht. Oh, das geht dann rein. Oh, und leicht ist er auch noch. Darf ich den gleich behalten? Den will ich jetzt aber gleich behalten.